Liebe Küchebauer, liebe Küchedesigner, liebe Sanitär. Ich bin hier im Beratungszentrum der Sodefresh Schweiz AG und darf euch heute etwas Neues vorstellen. Wir haben vorsorglich unsere Entwicklungsabteilung in Quarantäne gesetzt. Schauen Sie mal, was sie erschaffen haben. Wir haben hier die zwei neuen Armaturen, Flims und Lax. Was sie gemeinsam haben, ist der Commander. Hier habe ich drei Druckknöpfe und hier habe ich den LED-Ring. Wir haben hier die Armatur Lax, die ist sehr fein. Wir haben hier den Auszug, den Handauszug. Hier habe ich das Steuerventil für warm und kalt. Hier habe ich den Drehring. Je nach Farbe kommt das Wasser. Grün ist Kohlesäurewasser. Und hier kommt eine bestimmte Menge, das ist gerade so eine Flasche voll, raus. Ich kann zweimal drücken, dann kommt eine kleine Menge. Dreimal drücken, dann kommt eine grosse Menge. Ich kann aber auch zu jeder Zeit anhalten, indem ich noch einmal drücke. Oder drücken halten. Wenn ich drücken halte, läuft es bis ich aufhöre, dann stoppt es. Das gleiche ist mit Kochend Wasser. Ich drehe es hier, bis es rot kommt. Und dann drücke ich das hier. Dann drücke ich hier zweimal drücken. Und jetzt spüle ich die ganze Anlage aus. Und jetzt kommt Kochend Wasser. Auch hier kann ich zwei verschiedene Mengen hinterlegen. Eine grosse Menge meint eine Pfannenfüllung. Eine kleine Menge ist ungefähr 1,6 Liter. Wenn die Pfanne voll ist, kann ich sie sehr gut hier unterführen nehmen. Der Auslauf wird auch, wenn Sie Kochend Wasser zapfen, unter 40 Grad warm. Ich kann den also rausziehen. Und auch der Schlauch oder der Auslauf wird nur handwarm. Können Sie sich vorstellen, Ihre Küche mit einer so hochmodernen Armatur aufzufrischen? Dann nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf.